SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT PRÄSENTIERT JAPAN STUDIO NEK 2 Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Let's Play Reihe NEK 2 Hardcore Challenge Das bedeutet letztendlich wir spielen NEK 2 direkt auf die schwierigste Stufe die das Spiel zu bieten hat Ist mir da einfach eingefallen und so und ja Ich hab's nur ein paar mal gespielt und so und ja und ich verdrückte mich direkt Warum Sehr professionell neues Spiel Ja gut 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 Dann benutzen wir dieses Fabelhafte Musik lauschen wir mal der kurz Ich würde mal schätzen die ist katztastig und ich wollte mal erwähnen ich hab jetzt Instagram und ne Facebook Gruppe oder wie man das auch immer nennt ja einfach auf meine Info gehen Also ich möchte einfach auf die Sachen gehen Ich hab die halt genauso benannt wie die Seiten heißen Aber wenn ihr da drauf klickt landet ihr auf meine Fanseiten Ja Fanseiten nenne ich die mal Und da werdet ihr gut informiert und so zum Beispiel jetzt dass jeden Montag ein Livestream kommt Das ist meine Welt Die einzige die ich je kannte Sieht gut aus oder? Ich hab sie auch schon mal gerettet Also Neck und ich haben sie gerettet Neck ist mein Vielleicht fange ich lieber von vorne an Ich heiße Lucas Das ist meine Heimat Ein wunderschöner Ort voller mysteriöser Relikte Man sagt sie seien Überreste einer alten Zivilisation Sie sind ziemlich wichtig Denn sie versorgen alles mit Energie Ein Freund von mir, der Doktor, hat sie ein ganzes Leben lang studiert Ihre Geheimnisse Und eines Tages fand er heraus wie man sie verbindet Zum Leben erweckt Und heraus kam Neck Und Neck? Er kann einfach alles tun Wie gesagt, zusammen haben wir die Welt gerettet Und noch lange Zeit danach ging es unserer Hauptstadt New Haven prächtig Jetzt Wird sie angegriffen Mich quält nur der Gedanke Es ist meine Schuld Was hab ich getan? Runter! Wir bringen das in Ordnung, Lucas Und zwar Jetzt Ich mach das Und dann Noch zu Einfügen Das wird eine Einzelspielreihe Und Ich mache ein Doppelspeedfighter Damit ihr ein bisschen mehr Spaß habt Und so Ich werde weniger Kommentare machen Und ich versuche die langsam zu reden Jetzt mache ich noch ein Spulen Weil ich auch sehr schnell rede Und deutlich Und das würde ich auch frei behalten Dass die Videos eine bessere Qualität haben Und so ich selber kann Lust dazu zu der Hardcore Schicksal gestorben sein gibt es die Bestrafung heilt die Folgenlänge wenn es ist der Doppel-Spur hätte ich vielleicht eine halbe Stunde immer bis zum bisschen Kontrollhäupung gespeichert ist heute wird es ein bisschen länger sein wenn man am Anfang nicht mitzählt dann nicht unbedingt so viel auf jeden Fall ich hoffe ihr habt sehr viel Spaß bei diesen letzten Play Hardcore Schicksal und wenn ihr neu auf diesem Kanal seid dann vergesst bitte nicht zu abonnieren und für alle nichts zu bewerten und ich biete mehr als nur Gaming, Livestreams ich biete auch Blogs und Interviews also ich habe bisher nur ein Interview aber vielleicht wird es sich enden und natürlich für Anime-Sachen und so und und wer mich kennt, kennt mich als Katze ja, ich weiß selber nicht was ich gebeur so sehr schwer eine Schwierigkeit die Welt ist gerade für Aktion- und Action-Spieler-Experten die eine Herausforderung suchen und das wollen wir so die변äne die den 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 Boi Töne 2 2 3 3 5 4 5 7 5 7 9 8 Das war's für heute. Oh, erlöschen. Wenn ihr Tipps oder sich nur Geheimdiener habt, wie ich in Spunnen arbeite. Du könntest ja in den Kommentaren schreiben, sonst wäre ich nicht vorbei, so. So, bitte nicht wundern, was passiert. Ich hoffe, da wird keine Komplikation mit dem Game sein. Ich gucke einfach noch auf den ersten Abspann, was ich so öffne. No, 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 no. Wie viel geht es im Kino? Wirklich, aber wir müssen was tun. Wie viel geht es mit der Kino? Was wollen wir? Ja. Wirklich? Wirklich? Ja. Okay. Das war's für heute. 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 Das heißt wahrscheinlich in die Fußstapfen treten. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, festhalten. Ich will dir die Überraschung nicht verderben. Das war's für heute. 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 Das nächste zwei. Ups, wie kann es schon gehen? Ups, okay. Es liegt nur ein paar oder weiter gehts. Wotten wir haben auch so. Wir sind natürlich schon da. Frage 3. Wärme. 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 Ich bin schon seit einer Million Liege so schnell da abhandeln, genau wie es jetzt dachte. Pass auf, ich könnte hier auch unterfallen. Ja, my love is here. Ich bin ein Kind. Okay. Oh Gott. Wir sind ja so voll cool. His name is John Cena. Und jetzt durch den Kobold verseuchten Wald. Oh, ein großer Entdecker wie ich würde nicht weniger erwarten. Gehen wir. Lukas, Ryder, seht ihr die blauen Kristalle? Jetzt passt mal auf. Oh, cool. Wenn wir auf Kobolde treffen, Lukas, gehören Sie dir. Kapitel 22 durchstehen wir uns. Ah, dann zeige ich nicht mal, wie es läuft. So, bis zum nächsten Mal, sage ich. Auf jeden Fall, dass es viel Aufwand und so. Und ich werde jetzt in den nächsten Tagen auch posten, wann die Let's Play rein kommt. Weil ich mischte Struktur auf meinen Kanal. Und wenn sich da was ändert, wenn man an dem Tag kommt, dann ist es halt so. Also, ich habe ja noch nicht so einen großen Umfang einer Community, deswegen Verständnis, bitte, 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 bitte. Aber halt im Gesamten, ja. Aber halt im Gesamten, ja. Ich spiele, glaube ich, auch die Story-Teile, weil die auch eher disinteressant sind. Aber ja, halt, ich möchte Strukturen und so auf jeden Fall. Das zu schneiden und so wird viel Aufwand. Ich füge da ja noch Soundeffekte und so was hinzu. Ja, da würde ich mich auf jeden Fall auf eine positive Bewertung freuen. Und halt, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, halt das Ja-Bund. Ich sage, dann bis zum nächsten Mal. Die Katze sagt zum Schluss, Ja-Bund, 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 Ja-Bund. Ja-Bund, Ja-Bund, Ja-Bund.